Musik Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog Wir treffen uns jetzt erstmal in Dusmurf Und es ist gerade am regnen, ziemlich scheiß Wetter Wir hatten heute mal früher Schluss vom Flugplatz Und in Siegen ist verkaufsoffener Sonntag Und wir haben heute Sonntag Und da gucken wir doch einfach mal hin Wie ihr vielleicht schon merkt Die Scheibe, also die Linse der Kamera, beschleckt ein bisschen Das liegt am Regenwetter Aber wir sehen uns gleich in der Siegener Innenstadt Da wird alles schon besser sein Dann geht es schon wieder los So Leute, wir haben das Murf jetzt endlich in einem Vlog gefangen Ein Spaß Wir sind jetzt in der Siegener Innenstadt Wir gucken mal, was wir heute noch so machen können So Leute, ich und das Murf, wir haben uns jetzt noch ein Bubble Tea gegönnt Zeig mal da einen mit, was ist deiner? Ja Ja Was? Äh, ich weiß es gar nicht Strawberry Das Blas ist Schwarztee Und ähm Topping 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 ist ähm Orange Babo Ja, ich hab Milch als Basis Und äh Blaubeere Keine Ahnung Juppjau Wir wagen uns jetzt beim verkaufsoffenen Sonntag In einer der größten Einkaufszentren hier in Siegen In die Citygalerie Das ist das einzige Einkaufszentrum in Siegen Ja, okay, gegenüber hier Sieg Karré ist auch eins Aber da gibt es nicht so viele Geschäfte Äh, ich kann euch ja mal gerade den Eingang in dem nächsten Clip zeigen Der sieht nämlich schon ganz schön überfüllt aus Dann gucken wir mal, was in der Citygalerie heute so alles geht flame i ja ey 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 So Leute, ich und das Murphil befinden uns jetzt in einem berühmten großen Elektro-Laden So Leute, jetzt willkommen zu einem neuen Frock von mir, Spastei Davon träumst du wohl, aber vielleicht haben wir bald so eine Kamera, mal sehen Es kommt ja bald Weihnachten, ne? Ja, du kannst mir jetzt die Kamera wiedergeben Jo Leute, nur 219 Euro, diese Ligria, die extra Blogger-Camp Vielleicht hat der Weihnachtsmann noch was über für den guten Maiflech Hast du doch jetzt gerade eben von mir geklaut Ich weiß So, ich würde mir ja gerne eine Mezzo holen, aber das Murph hat was dagegen Ja, das ist ungesund Echt? Ja Soll ich mir lieber Wasser holen? Ach, brauchst du nicht bei dem Wetter, kannst du einfach was im Mund aufmachen und den Regen reinlassen Ne, ne, ich trink, wenn überhaupt, daheim aus der Leitung Trink doch auch aus dem Klo, das ist auch mal ganz lecker Jo Leute, die Mezzo mix war dann doch wohl zu ungesund, darum habe ich sie jetzt nicht gekauft Und wir gucken jetzt mal Ungesund Ja, ungesund Nein, wir gucken jetzt mal einfach auf die City draußen, weil hier im Einkaufszentrum ist es echt voll Und dann gucken wir mal, was heute generell noch so geht an diesem Tag und da, ciao So Kinder, ich und das Murph, wir hängen jetzt hier, wir haben einen Heliumluftballon aufgetrieben So Leute, was geht ab? Auf jeden Fall, ich hoffe das Vlog hat euch gefallen und wir sind jetzt hier auf jeden Fall bei der Sparkasse Du hättest ja einholen Du hättest ja auch einholen können, hier, das ist der Rest, den will ich jetzt noch verbrauchen Geil, ne? Warte mal Du bist doch scheiße Ne, du wolltest ja keinen Luftballon Ne, hoffentlich hast du Lungenkrebs Jetzt lassen wir ihn noch platzen, Spaß an Jetzt lassen wir ihn noch platzen Jetzt lassen wir ihn noch platzen Ne Leute, wir sehen uns in der nächsten Szene wieder, wenn ich kein, äh, Helium mehr in der Lunge hab Bye So Leute, ich esse gerade ein Eis Nachdem das, ähm, ja, Helium wieder verflogen ist Ich war gerade im Naschwerk entsiegen, das ist ein ziemlich berühmter, äh, Shop für edle Süßigkeiten Und ich wurde von Simon Desu, äh, ja, bedient, Spaß an Der Typ sah aber ganz schön Simon Desu ähnlich aus Äh, und wir gucken jetzt einfach mal, dass wir den Bus nach Hause nehmen Dann werde ich das Vlog beenden Ich hoffe, dieses kleine Vlog von diesem Sonntag hat euch gefallen Und dann gucken wir immer noch ein bisschen rum So Leute, wir haben jetzt uns nochmal einen Heliumballon holen können Wir hatten sogar zwei So dass Murph hat sich dafür entschieden, ihn fliegen zu lassen Geh nicht, nein Marvin, Marvin, was sagst du dazu? Wie sollen wir unseren Ballon nennen? Ich würde ja auch nicht belastinieren Okay Okay So Leute, das war's mit dem Vlog Ich hab den Ballon jetzt Oskar getauft Und er wird gleich sterben Ne, ich hoffe es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da Oder abonniert mich noch besser Oder lasst einen Kommentar da Das wäre super schön Und dann würde ich sagen Sehen wir uns bald wieder Bis zum nächsten Mal